Guten Abend, Freunde. Wir beginnen den 23. Urok. Top-Nemäckige-Phrase-Uraven A1. Unsere Thema ist heute... Berliner Sehenswürdigkeiten Der Fernsehturm ist mit 368 Metern das höchste Bauwerk in Deutschland. Er ist ein Wahrzeichen von Berlin. Im Fernsehturm gibt es eine Aussichtsplattform und ein Restaurant. Die Plattform bietet einen fantastischen Ausblick. Jährlich kommen rund eine Million Besucher aus aller Welt. Die Eastside Gallery ist ein Stück Berliner Mauer. Sie liegt an der Spree. Die Galerie zeigt über 100 originale Kunstwerke. Viele Künstler haben die Mauer bemalt. Jeder kann die Kunstwerke kostenlos sehen. Das Deutsche Technikmuseum präsentiert technische Entwicklungen aus vielen Bereichen. Es verfügt über historische Verkehrsmittel. Man kann einige Objekte anfassen. Im Bundeskanzleramt arbeitet die Bundeskanzlerin. Der Bundeskanzler. woman glaubte. Vielen Dank.